jo leute und willkommen zurück zu let's show videos heute machen wir etwas gruseliges über sonic exe für die leute die nicht wissen was sonic exe ist sage ich hier mal eine kurze erklärung also sonic exe ist ein gefährliches wesen dämonisch besser gesagt das jeden um die ecke bringt den es begegnet und so sieht es aus verwirrend oder vor allem die fähigkeiten zu fliegen hat man ihm verpasst und das ist gruselig er macht vor allem kein halt vor so was einen freunden sei dieses eine eklige attacke von ihm die mich ziemlich schockiert also passt auf was ihr nicht traumatisiert werden wohl vielleicht jesus christ denkt man sich dann nur von es gibt nämlich ein spiel das heißt sony punkt exe und diese ganze irre sache die ist durch einen typ namens creepypasta entstanden der typ hat sich die ganze geschichte mit sony punkt exe ausgedacht in den ganzen und und das hat sich wie ein laufefeuer verbreitet und was ich heute mit euch tun werde ist die verfilmung gucken aber nehmt euch in acht dieser kerl ist total overpowered und ich habe selber keine ahnung was da drinnen passiert jedenfalls erzählt so der creepypasta in der was ihm angeblich passiert ist denn nachdem er das spiel sony punkt exe gespielt hat so dass so der typ sein freund kyle so geschrieben hat tom bitte was immer passiert zerstöre diese cd spiel es nicht das ist das was er will und hier sieht man gerade wie eggman also diesen sony gegen seh dämonisches wesen so man könnte fast denken er sei die zombie version von sony ist aber nicht denn das ist nicht sony das ist nicht sony das ist ne kopie ich könnte euch genaueres natürlich erzählen wer das wirklich ist aber das lassen wir mal wir können natürlich ein extra video drüber machen wo ich euch genau erkläre wer oder besser gesagt was sony punkt exe ist aber das müsst ihr schon in den kombis schreiben aber ich würde so oder so machen jedenfalls wenn ihr in den kommentaren schreibt dass ihr euch dafür interessiert würde ich schon vorher ausbringen und wenn nicht und dann jetzt gucken wir die verfilmung an und die ist ziemlich creepy also macht euch auch was gefasst also ich würde sagen let's say go machen wir uns wohl auch fast bereit das gefällt mir schon mal gar nicht also soweit ich verstanden habe so von der beschreibung wie das stand werden sie jetzt die verfilmung zeigen über die creepypasta so als ob sie echte menschen sind und das ihm als creepypasta story mein gott und ich hasse horrorschits mein gott sonic und exe das ist dieser creepypasta ich hätte mal das ist dieser creepypasta Die Pastor... Niemand da... Oh mein Gott! Und damit ich jetzt wissen, das Spiel gibt es wirklich, dass er jetzt gleich zockt? Boah, davon habe ich immer noch Gänsehals... Tom, I can't take it anymore. I had to get rid of this thing somehow before it was too late. I was hoping you'd do it for me. I can't do it, he's after me. If you don't destroy the CD, he'll come after you too. He's too fast for me. Destroy the disc and you'll destroy him. Do it quick, otherwise he'll catch you. Don't even play the game. It's what he wants. Just destroy him. Kyle. Wow. I haven't seen him in over two weeks and he's trying to prank me. Was? Idiot. Äh, du bist hier der Idiot. Du bist sein Freund. Freundin, vertraut, Mann. Verdammter Mist. Ich möchte dich erwürgen. Tom. Was machst du da? Idiot. Mann. Mann. Falls es zu lang wird, werde ich dann immer mal wieder rütteln. Wow, shit. Oh my God. Wow. Mein Herz hasst. Oh Jesus Christ, die Musik von Hearthstone. Oh, die ist wird zurückgespult. Oh my God. God damn it. Oh my God. Fuck that. Tote Tiere aufgehängt mit ihren Gitterten. Ich wollte es. Ja, wo hast du das gefunden, Kyle? Oh nein. Oh no. Oh fuck, Tino. Oh no. Hello, do you want to play with me? Oh hell no. Mach schneller, schneller, mach schon mal, verdammte Scheiße, man ist es, ich erhebte Spierse, los, mach schon, mach schon, fliegt davon, verdammte, komm. Jetzt passiert das so. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Beh! Oh hell no! Knuckles, two, ten. Diese Lache, die ich gebibreht. You can't run. Ähm, er kann schon renn, Seidia? Logik? Ist hier nicht gerade sehr nett? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, wer hat dieses ganze Ketchup verteilt? Das ist nur Ketchup. Ganz ruhig. Das ist nur Ketchup. Das ist nur Ketchup. Das ist nur Ketchup. Das ist nur Ketchup. Oh mein Gott. Mein Guinness. Renn! Oh, das meinte er mit, you can run. Los, hit! Los, schlack ihn, schlack ihn! Mit der Rechte, mit der Linken! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht für unter 12-jährige. So many souls to play with. So many souls to play with. So little time. Would you break? Oh hell nooo! Was da naps noch? Ja das passiert wenn man nicht auf die Ratschläge seiner besten Freunde hört. Bullshit, wie bist du? Waaaaaah! Fucking Erb! Ich wusste das, das ist ne Droge! Ne Mediendroge! Goddammit! Wart ihr so ein Spiel niemals seht? Zerstört es klar? Habt ihr mich gehört? Renn! 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 Verschwinde aus deinem Zimmer! Oh mein Gott! Mein Herz! Was lachst du da so bescheuert? Verschwinde aus diesem Haus! Du wirst doch jetzt nicht weiterspielen oder? Das ist nicht dein Ernst! Du fucking geil! Du spielst weiter?! Echt jetzt?! Jeder vernünftige Mensch wäre weggerannt! Oh Jesus Christ! Punkt, Punkt, Punkt! Punkt, Punkt! Und du wirst hier rauskommst! Waaaaaaaaaaaaaah! Nein! 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 Ich guck mich hin! Ich guck mich hin! Waaas? Du willst Gott sein, ha? Dann bin ich Beyoncé! Fuck that! Jesus Christ! Sollte das Spiel zerstört sein? Lass das! Verschwinde einfach aus dein Haus! Trink Kaffee! Und war der Leibe wach! Zerstör die CD! Du bist tot, mein. Ich sehe schon. Bei dir ist kein Aufnung mehr. Oh mein Guinness! Mein Herz! Mein Herz! Mein Herz! Mein Herz! Oh mein Guinness! Okay, das reicht mir. Ich guck mir die Crates nicht an. Am Ende kommt noch so ein schockierendes Ding. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Echse! Mann! Also ich sag mir noch was zum Spiel jedenfalls. Am Ende des Spiels kommt eine seltsame japanische Schrift. Warte, ich werde sie einblenden, wenn man halt verloren hat. Ne, was? Warte, Momentchen! Hier, bitteschön. Hier ist diese seltsame japanische Schrift mit einer kranken Musik. Ich möchte sie gar nicht erst zeigen, aber... Ich werde versuchen sie mal vorzulesen. Na gut, vorlesen kann ich nicht gut, aber ich kann euch die Übersetzung geben. Meine kranke Seele schreit. Du wirst mein Schattenläufer sein. Mich mit Finsternis begeistern. Unser Begräbnis der Euporie wird Satanas schwarzes Herz brechen. Tja, jedenfalls hoffe ich, das hat euch gefallen und zum guten Let's Creepy gebe ich euch noch die Themenmusik von ihm. Tschüss! Musik Musik